Du hast Schwierigkeiten, den Sperber vom Habicht zu unterscheiden? In diesem Video lernst du jede Menge nützliche Unterschiede kennen, wie du Sperber und Habicht künftig sicher im Feld auseinanderhalten kannst. Los geht's! Starten wir mit einer kurzen Vorstellung der beiden Arten. Der Sperber ist neben dem Mäusebussard der häufigste heimische Greifvogel. Sperber erreichen mit 30 bis 41 cm Körperlänge etwa die Größe eines Turmfalken, wobei das Männchen deutlich kleiner ist als das Weibchen. Beide Geschlechter haben die Sperber-typische helldunkle Bänderung auf der Brust. Das kleinere Männchen hat dazu noch eine rostbraune Brust und Wangen. Sperber brüten überwiegend in Wäldern, nutzen aber auch Parks und selbst Gärten zur Nahrungssuche. Sie sind Überraschungsjäger und blitzschnelle Flugkünstler. Der Habicht ist ein 50 bis 65 cm großer, kräftiger Greifvogel. Sie brüten in Wäldern und haben gleichzeitig in den letzten Jahren auch die Städte für sich entdeckt. Auch er jagt gerne Vögel und Kleinsäuger und nutzt dafür den Überraschungseffekt. Habichte sind breit gebaute Greifvögel mit relativ grimmigem Blick. Auch hier ist das Weibchen deutlich größer und kräftiger als das Männchen. Nun solltest du einen groben Überblick über die beiden Arten haben. Schauen wir uns jetzt einmal die einzelnen Unterschiede genauer an. Dir ist bestimmt schon aufgefallen, dass es einen Größenunterschied zwischen den beiden Arten gibt. Gerade das Sperbermännchen ist deutlich kleiner als jeder Habicht und der weibliche Habicht ist deutlich größer als jeder Sperber. Doch nicht immer hat man einen Größenvergleich und nicht immer hat man nur Sperbermännchen oder Habichtweibchen vor sich. Zwischen großen Sperberweibchen und kleinen Habichtmännchen können manchmal auch nur wenige Zentimeter Größenunterschied liegen. Widmen wir uns deshalb auch noch anderen Unterschieden. Habichte sind deutlich kräftiger gebaut. Das fällt im Stehen und auch im Flug auf. Sie haben im Vergleich zum Sperber eine breitere Hüfte und einen kürzeren Schwanz, wodurch sie bullig und kompakt wirken. Sperber haben eine schlankere Hüfte und einen vergleichsweise langen, dünnen Schwanz, wodurch sie gerade im Flug eleganter wirken. Wenn der Schwanz im Flug gefächert wird, sind die Außenkanten beim Habicht abgerundet, während beim Sperber eine eckige Kante zu sehen ist. Außerdem fällt beim Sperber im Flug auf, dass sein Kopf direkt an den Körper anschließt und er damit fast halslos aussieht. Der Habichtkopf sitzt auf einem tendenziell eher längeren Hals auf. Sitzt der Vogel vor einem oder hat man ein Foto vor sich, lohnt es sich auf jeden Fall auch mal auf die Beine zu achten. Sperber haben Beine wie Zahnstocher, Habichtbeine sind kräftig und breit. Ein guter Hinweis ist der Vergleich von Augendurchmesser zu Beindurchmesser. Sperber haben einen größeren Beindurchmesser als Augendurchmesser, beim Habicht ist das Bein deutlich kräftiger als das Auge. Auch wirkt der Habicht grimmiger, weil er einen hellen, sehr dicken Überaugenstreif und eine dazu kontrastreiche dunkle Wange und Scheitel besitzt. Zwar hat auch das Sperberweibchen einen hellen Überaugenstreif, jedoch ist dieser deutlich feiner und das ganze Gesicht ist nicht so kontrastreich wie beim Habicht. Natürlich kann man die beiden Arten auch am Ruf unterscheiden. Falls du dir unsicher bist, ob du einen Sperber oder einen Habicht gehört hast, klären wir das auch noch kurz. Beide Arten sind eher ruffaul und rufen eigentlich nur zur Brutzeit im engeren Umfeld zu ihrem Horst. Sperber gackern dabei recht schnell und hoch. Habichte gackern zwar auch, allerdings sind sie recht träge zu Beginn und werden erst langsam schneller und insgesamt ist die Geschwindigkeit auch langsamer als beim Sperber. Ihr Ruf ist lauter, tiefer und wie gesagt langsamer als der des Sperbers. Im Jugendkleid lassen sich beide Arten auch ganz gut mit etwas Übung unterscheiden. Junge Habichter haben eine etwas variable, aber meist tropfenförmige Zeichnung auf der Brust. Junge Sperber sind grob dunkelgrau gebändert. Damit solltest du nun die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen den beiden Arten kennen und Habicht sowie Sperber bestens erkennen können. Wenn du dich für weitere Greifvögel interessierst, dann schau dir doch dieses Video zum Mäusebussard genauer an. Ich wünsche dir schöne Beobachtungen und bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.